Let's get the shit, man! Let's fucking go! Oh, ich hab so Bauchschmerzen, Leute, ich hab so Bauchschmerzen. Aber wir gucken jetzt, Fivio forain, forain, notice me, featuring Taylor Jankata and Kyle Rich. Okay. Ich hab Bock, ich hab Bock, ich fühl grad, ich fühl ihn grad, Fivio. Oh, geile Transition. Okay, da ist der Song, ey, 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 ey. Okay. Hä, aber wo sind die Leute, Digga? Als ob wir nur 30 Sekunden drin sind, das fühlt sich wie eine Ewigkeit schon an. So, wo sind die Leute, ey, wo sind die Leute hier? Like I care if you got a complaint, Nigga, leave me a notice. Just watch how you come approach this. I hate whoever come to trust. I never let the Niggas get the up. I get a little feeling in the stock. One minute down, now was not enough. I'mma need a new body every month. Ist gut, ist gut. I didn't a new meal every lunch. He come through here if he wants. Tell a bitch who pairs and it's fun. Boy, to shoot it with me, he don't need some. Man, don't put a finger, he don't leave some. Money on my head, get your refund. So they give me love, I ain't need none. Money give me some, give me three sums. Okay. Money give me some. Rrpau. I pull up, I come with the devil. Your demons is not on my level. I'm spinning a lot on the yellows. My bitch, come beat your ass in the letters. I'm gonna go speeding fast on this pedal. I make them seat cash. Was ich halt so schön finde, so, du kannst einfach mit deinen Bros so in einem Raum sein und Musikvideo aufnehmen. Und die Energy ist halt in Kombination mit dem Lied einfach da. Und manche geben so ein krasses Budget aus und haben so ganz viele Tänzer und die Energy ist nicht da. So, deswegen, es geht einfach um die Energy und die Energy ist da, ja. Und die Norte sind gerade so schön. Denn. Bis bald. Vielleicht. Okay. Vai. Buh. 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 Ich liebe das, die das immer machen. Definitiv mit der Energy auch voll am Start und so, aber für Vivo habe ich halt einfach noch mehr gefühlt. Mal gucken, wer jetzt am Ende noch kommt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es hat sich geil angehört. Das ist die Energie. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, wer wär's, ist es die richtige Reihenfolge dann am Ende oder nicht? Ja. 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 BAU! Okay. Also er holt junge Künstler ran. Ich finde es echt geil. Und vor allem auch so eine Kombi an mehreren. Also die Energy, die Features, die passen zusammen. Wer schreibt mir jetzt? Naja, jedenfalls, ich fand am geilsten halt Fivio selber. Und dann noch das zweite Feature, was auf dem Track war. Also diese Boy. Ich finde es toll, ey! HALP! HALP! Okay. Okay, 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 chill. Okay, chill, 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 chill. Es ist spät. Es ist spät. Ich bleib ruhig. Okay. Okay. Schrei... Oh! Hier ist alles spiegelverkehrt! Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Track fandet. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Bis morgen oder bis später. Was weiß ich. Peace. Ciao. Ich hab Ausschmerzen. Ich leg mich wieder hin. Oh! Oh! Schrei auf der Ate. Bitter fühle mich wie Lana. Gefickt warte, bis ich sterbe. Und dann aid it after. Getrickt in ein Leben. Bis zum nächsten Mal. Echt.